Und das Wahlergebnis, ganz besonders natürlich das in Rheinland-Pfalz, verleiht der Sozialdemokratische Partei insgesamt Flügel. Und wir wollen den Aufwind nutzen, der damit verbunden ist, und dazu beitragen, dass wir eine künftige Bundesregierung führen können und den Kanzler der Bundesrepublik Deutschland stellen. Dass das möglich ist, das ist heute sichtbar geworden und das ist gestern sichtbar geworden bei den Wahlen. Denn es ist klar, es gibt Mehrheiten diesseits der Union. Es ist möglich, ein Land zu regieren. Es ist möglich, Deutschland zu regieren, ohne dass die CDU, CSU an der Regierung beteiligt sind. Und diese Botschaft, die sitzt jetzt fest.